So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule. Das letzte Mal haben wir mühsam nach der letzten Flasche gesucht und sie gefunden. Ich denke, drei rote Elixiere sind es schon wert, denn damit werde ich jetzt ziemlich safe nicht mehr Game Over gehen können. Jetzt werden wir uns noch voll heilen, einmal, bevor wir nach Schloss Hyrule gehen. Und dann geht es endlich nach Schloss Hyrule. So, dann gucken wir mal, was sich jetzt noch verändern wird und was alles gleich bleibt. Da ist mein Teleport, ab geht's. So, der interessiert mich jetzt nicht mehr. Uff. Infiltrieren wir endlich das Schloss. Ah, die Soldaten sind schon happiger. Gehen wir erstmal außen rum. Oh, der hat sogar drei. Aber der ist nicht so schwer. Okay, hier ist nichts weiter. Ach, das kann ich kaputt machen. Mit der Macht der Musik greift er ja immer an. Ich hab's am Anfang gar nicht gecheckt, was sein Angriff ist. Aber er greift mit seinem Instrument an. Deswegen kriegt er wahrscheinlich auch keine Schwerte und nichts, weil das halt nur mal seine Waffe ist. Und er dann so eine passende Waffe für sich praktisch hat. So, war ich hier irgendwo? Gut, dann gehen wir einfach rein. Aktuell komm ich dann, glaub ich, nur hier rum rein. Ach nee, da drüben komm ich ja auch rein. Bin ja blöd. Gehen wir erstmal da rein. Ich glaube, das war das, was aufs Dach geführt hat, ne? Ah, komm ich gar nicht rein. Ah, ich kann normal laufen. Hab ja alle gehe ich schon noch besiegt. Gut, dann ist hier nix. Wie komm ich da drauf? Wait, ist hier irgendwo ein Stein? Ah, ja, ist hier irgendwo ein Stein. Gordon ist blind. Nein, da ist gar kein Stein nirgends. Am besten, ich werfe jetzt wieder auf das Ding drauf. Ah, so geht das Ding auf. Wie gesagt, ich will erst das machen. Bevor wir uns ins Schloss begeben, machen wir erst den Seiteneingang. Ah, was tue ich denn? Quietsch, quietsch. Die gehen gar nicht kaputt. Ah, aber schönen Sound. So, äh. Wie komm ich dann jetzt überhaupt da hoch? Äh. Ach. Hab die Treppe wieder nicht gesehen. Wie immer. So, Enterhark, Enterhark, weiter hoch. Genau, jetzt komme ich nämlich hier an die Truhe ran. Okay. Das war im Original eine bessere Waffe, glaube ich, ne? Äh, ja gut. Das ist dann halt das gewesen. Danke dafür. Okay. Na, dann müssen wir jetzt da wieder durch. Ah. Wollte schon sagen, ich hab vergessen, wie's losgeht. Aber so geht's los. Auf geht's. Einmal durch Schloss Hyrule. So, hier ist wahrscheinlich der Kompass drin. Hast du noch was Spannendes für mich? Aber wir haben gerade keine Stiefel, dann können wir die auch mitnehmen. Aber ansonsten. Da ist unser Bossraum. Aber eigentlich brauch ich den gar nicht. Deswegen geh ich trotzdem rein, weißt du? Ah, zu viel auf einmal. Hilfe. Aua. So. Andererseits muss ich dann später keine Schlüssel mehr holen. Was ja auch ein Vorteil sein kann. Kommt denn da noch alles raus? Wo komm ich jetzt hier raus? Hä? Ach, da oben. Bin dumm. Oh, oh. Ja, okay. Passt. Einfach durch. Easy. Damit haben wir den ersten Raum. Abgeschlossen. Stimmt, das waren ja mal mehrere Räume. Grad schon gefreut, dass wir fertig sind. Aber nein. Ja, gleich wird meine Flasche eingesetzt. Meine erste. Wenn ich jetzt nicht das Herz hier kriege. Ah, ich krieg das Herz. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Weil, wie gesagt, genau das war ja das Ziel. Ah, das läuft. Oh, das war dumm. Ja doch, es läuft. Dann schaffen wir es ohne... Ha. Ohne Energieverlust. Ohne Flascheneinsatz. Hier noch durch. Oh Mist. Da kommt noch ein Raum. Was habe ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber ich bin irgendwie hier runtergekommen. Aber ich habe gleichzeitig auch meine Flasche einsetzen müssen anscheinend. Weil meine Energie ist wieder voll. Das heißt, eine Flasche ist schon wieder weg. Was auch im Umkehrschluss heißt, wenn wir hier raus sind und den ersten Teil vom Hyrule-Schloss geschafft haben, kaufen wir uns erstmal wieder einen neuen Trank. Weil wir haben mehr als genug Geld. Kam ich da her? Hier kam ich her, ne? Und dann bin ich irgendwie da drüber, drüber, da runtergele... Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt müssen wir uns dann wirklich wieder einen Schlüssel holen. Das ist jetzt nicht so geil. Aber Bombe regelt. So. Nehme ich gerne mit. Und das Herz auch. Lass da lassen. Lass es mal schön sein. Okay. Dann. Gehen wir hier rein. Okay, nice. Gut. Das war, was wir wollten. Ach, und hier kam ich ja erst mit Zelda dann durch, ne? Richtig. Ich erinnere mich. Und wie gesagt, jetzt holen wir uns erstmal wieder... Zwei Flaschen habe ich aufgebraucht, ohne es zu merken. Ja, moin. Ja, moin. Wann habe ich denn die zweite aufgebraucht? Uff, aber ich habe genug Kohle, ich kann die immer wieder auffüllen. Aber wann habe ich denn die zwei, das ist ja, das ist ja, das ist ja sick. Habe ich halt echt nicht mitbekommen, ne? Ja. 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 Ich bringe ja als Oktavo eigentlich erst den König zum Schlummern. Der ist ja jetzt noch gar nicht am Schlummern. Hm. Wir werden sehen, was passiert. So langsam muss ja dann irgendwas anderes passieren. Ne? Ich meine, auch der Kampf gegen Oktavo kann ja nicht stattfinden. Oh, das interessiert ihn überhaupt nicht. Oh, es sind mehrere. Ja, hier war ja der Kampf gegen Oktavo. Und der kann ja, wie gesagt, gar nicht stattfinden, weil... Wir kämpfen ja nicht gegen Oktavo, wir sind ja Oktavo. Und dann ging es hier hinten weiter. Richtig, in das Reich von Ganon. Das heißt, Oktavo hat das als erstes betreten. Das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Achso, ist hier noch? Da ist auch nichts mehr, ne? Ja, gut. Und hier komme ich jetzt aber schon durch. Ich grüße dich, Kind des Schicksals. Ehrlich gesagt, hätte ich dich früher erwartet. Aus deiner Sicht sind wir in der Hyrule der Zukunft, aber das wusstest du ja bereits. Ach, es ist das Hyrule der Zukunft gewesen. So, kann ich nicht. Könnte ich wieder kaufen für Diamanten, aber brauchen wir nicht. Ah, ist der Abflug. Dann ebnen wir uns mal den Weg zu Ganon. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin irgendwie teleportiert worden. Ist gut, wie ich immer alles mitbekomme, was so passiert, ne? Ich glaube, ein Ring des Risikos klingt nicht so geil. Okay. So. Ist hier irgendwas Spannendes? Nein. Ach, hier kann ich aber jetzt einfach weiter. Weiter runter. Da ist ne Truhe. Achso, ja. Klar ist da ne Truhe. Aua! Da hat es mir grad meinen ersten Tranche wieder aufgebraucht. Diesmal hab ich's mitbekommen. Miniboss besiegt. Ach, das ist der da hier. Schattenlink. Ja, tschüss Schattenlink, ne? War nett mit dir. Okay. Alla! Alla! Da ist mein Miniboss. Mit ner Bombe da reingehen, ist immer ganz gut. Und mein Dings hat schon wieder aufgebraucht. Jetzt ist die Frage, will ich zurück und erstmal meine Dings auffüllen? Oh, ich kann nicht graben gerade. Wo komme ich dann zu dem Typen hin überhaupt? Also, solange ich auf meine Herzen aufpasse, geht das ja... Ach, hier von oben komme ich zu ihm rein. Hat aber jetzt leider auch nix. Hä? Ach, kann ich nicht kaufen, weil ich voll bin. Ja, auch gut. Umso besser. Wenn der das weiß, dann kaufe ich keinen Quatsch ein. Na gut, dann gehen wir weiter. Also, ich soll jetzt schon ein bisschen mehr auf meine Energie achten, ne? Ehrlich zu sein. Vielleicht wirklich nur die nötigsten Kämpfe angehen. Und vor allem nicht in so Monsterhorden reinrennen. Au. Und die Dinger. Ah. Sollte ich nicht unterschätzen. Ich mache nämlich ordentlich Schaden, wenn sie... Wow, wenn sie wollen. Okay, sehr gut. Ich kann wieder graben. Hatte ich mich dann jetzt hier vorbeigraben? Nice. Oh boy. So, wo ist mein nächster Boss? Da ist mein nächster Boss. Und was es für ein Boss ist, werden wir gleich wissen. Okay, so ein Bombenviech. Okay. Okay. Es gefällt mir nicht, dass die Dinger frei sind hier. Weil die... Ah, leider. Ah, ordentlich Schaden machen. Mist. 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 Ich muss irgendwo meine Energie herkriegen jetzt. Oh boy. Das war nicht der Plan. Scheiße. Oh man. Ich hätte einfach zum Boss gehen sollen. Jetzt habe ich kaum Energie für den Mist. Ich habe leider auch nichts, womit ich mich auffüllen kann. Ich kann mich nur ordentlich ausrüsten. Aber das nützt mir halt auch nichts. Mach ich das denn jetzt am blödsten? Mein gut, solange er mich nicht trifft, passt das ja. Oh, ich hatte sogar noch eine Flasche. Hätte ich jetzt spekuliert und hätte keine Flasche mehr gehabt, wäre es vorbei gewesen, ne? Ich möchte es nur noch mal kurz betonen. Ups, Glück gehabt. Aber richtig Glück gehabt. Ei, 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 ei. Okay. Ja, gut. Gab es hier zwei Wege? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Konnte ich hier... Hier konnte ich auch rein, aber wir speichern kurz. Logischerweise. Ach ja, jetzt kann ich hiermit zurück und mir Flaschen holen, ne? Genau. Zack, zack, zack. Und wieder alle aufgebraucht. So. Jetzt gehen wir erst hier rein. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das jetzt so spannend ist, weil es ja wahrscheinlich für ihn hier gar nicht so die krassen Items da jetzt gibt. Ach, ich kann es wieder nicht hochheben, ne? Ach so. Reicht das aus? Natürlich nicht. Äh. Ah. Ja. Es war so klar, dass da wieder nur Bomben als Supplements drin sind. Okay. Ist in Ordnung. Gut Spiel. Danke dafür. Auf zu Ganon. Der nicht Ganon ist. The Necro Dancer. Okay. Was willst du von mir? Ich hab nur Loot verstanden. Und der hat alle... Der hat die vier Dings auch, die vier Waffen, äh, Musikinstrumente da oben. Ach, guck mal, der kann das gleiche wie ich. Hier, schießen kann er. Moment. Ja, kann ich auch. Mach ich nur nie. Yo. Wahrscheinlich würde man den jetzt kennen, wenn man das Originalspiel gekämpft gespielt hat, ne? Das heißt ja was mit Necro Dancer. Also das originale Cadence, meine ich. Autsch, du findest also langsam raus, wie du deine Laute verwendest. Ja, nach vier Dungeons hab ich das mal rausgefunden. Du musst allerdings noch viel da in, mein junger Octavo. Woahaha. Alles klar. Ah, guck mal, jetzt machen die Rasseln hier, äh, Giftkram. Muss ich jetzt die Rasseln angreifen, oder was? Ah ja. Ich muss die einzelnen Instrumente angreifen, weil die Instrumente jetzt Quatsch machen. Ja, das war das mit den Instrumenten. Mein Instrument, der weiß ja nicht, was ich alles habe. Tun müssen, um an sie zu gelangen. Na, vielleicht weißt du das ja wirklich. Gut, beenden wir diese Farce. Gut. Kommt jetzt, Ganon. Zu mir, meine loyalen Ritter. Verteidigungsformation. Ach, jetzt macht er so einen Quatsch. The Grand Finale. Alles klar. Weg mit dem ganzen Kram hier. Oh wait, macht er die Wand immer enger? Hä? Ach, die Dinger muss ich angreifen. Sag das doch. Äh, okay. Ja, und nü? Ah, hätte ich ja schneller machen müssen, oder was? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Okay. Also, einen Trank wiederholen. So. Ah, ich wusste erst nicht, wie ich den besiegen muss. Ich dachte, ich muss die Gegner besiegen. Ich muss diese Fackeln kaputt machen. Also diese, diese roten Dinger. Ist okay. Ach, halt die Klappe. Oh wait, ich hab doch meine Trommeln. Ich hab meine Trommeln nie eingesetzt. Bevor ich ihn attackiere, muss ich die Trommel einmal machen. Das ist dann viel besser. Nice. Das ist so eines der wenigen Items, was ich wirklich einsetze, ne? Einfach, weil's richtig Damage macht. Jetzt weiß ich auch, ich muss erst die Instrumente angreifen. Und da oben. Dann geht das auch viel schneller jetzt. Easygoing. Wie gesagt, easygoing. Zack. Und ein Instrument noch. So. Mach mal weiter hier mit. Und da unten sind die roten Dinger schon aufgetaucht. So, und jetzt kann ich ja schon an ihn ran. Jetzt muss ich die Dinger besiegen. Ich komm ja jetzt schon an ihn ran wieder. Auch wenn ich gerade nix mehr sehe. Hilfe. Ich hab mich gerade ein bisschen... Alter. Ich kam da gerade nicht mehr raus, ne? So, weg mit dem ganzen Kram hier. Kollege. Ach, ich muss da rein. Ach so. Das hab ich falsch verstanden. Null. Ich dachte, ich muss ihn angreifen. Ich muss einfach nur da oben rein. Das war's jetzt. Rang ist nicht vorhanden. Wo bin ich denn? Ich hab noch keine Ahnung. Wo bin ich denn? Wo sehe ich denn? Wow. Da bin ich. 4076. Cool. Schrittrangliste. Ja gut, ich hab ja auch viel mehr Schritte im Bild gemacht als nötig. Ist klar. Kriege ich jetzt meins? Da. 3000 irgendwas. Okay. Vielleicht noch irgendeine Abschlusssequenz, wie er jetzt an Ganon rankommt oder so. Also im Prinzip hat man jetzt das DLC gespielt, um einen neuen Boss zu spielen. Aber alles davor war identisch. Ja gut. Kann man machen. Kann man machen. Ist jetzt vom Outcome her nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte. Aber gut. Dafür war's kostenlos. I guess. Aber ganz ehrlich, dann hätten sie halt einfach nur den Kampf gemacht. So. Weiß nicht. Das davor war irgendwie... Weiß nicht. Es war halt das gleiche nochmal. Aber gut. Wir sind durch. Hatten wir wieder ein bisschen Abwechslung zu... zu Mario Maker. Aber dann hätte ich halt... Weiß ich nicht. Dann hätte ich zum Beispiel lieber den neuen Hack von Stevie Boy stattdessen gespielt. Das waren jetzt wie viele Stunden? Zu viele auf jeden Fall. Um... Um... Für nur einen Endkampf... Der einfach nur nochmal ein neuer Boss ist. Naja. Was soll's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und... Tschüss. Ach, okay. So, hallo. Wundert euch nicht über meine Stimme. Die klingt sehr kratzig. Ich bin etwas am rumkränkeln. Äh, kurzer Nachtrag trotzdem ist notwendig, weil ich ein Vollidiot bin. Und warum bin ich ein Vollidiot? Ganz simple Erklärung. Deswegen. Das wollte ich nicht. Deswegen. Ich hatte Zwischensequenzen aus. Wir hatten doch irgendwann mal so ein bisschen den Hardcore-Modus gespielt. Und dann habe ich die Zwischensequenzen ausgestellt, weil ich die nicht immer wieder anhaben wollte. Ja. Das ist allerdings dann ein Problem, wenn man einen neuen Modus anfängt, weil dann kriegt man da auch keine Zwischensequenzen. So. Jetzt sind die an. Aber jetzt haben wir natürlich hier schon alles gespielt. Es gibt zwei Zwischensequenzen, soweit ich das weiß. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ganz fix, ist einmal hier raus. Neues Spiel starten. Nochmal mit Octavo. Das ist halt dumm, dass die hier nicht auch die Option mit den Zwischensequenzen anzeigen. Dann hätte man das gecheckt, dass man das anmachen muss. Und jetzt gucken wir uns die erste Zwischensequenz an. Und sorry für meine Stimme, es geht gerade nicht anders. Und wenn es die Gewöhn, die Bedeutung ist, wenn es nicht mehr so ist, wenn es nicht mehr so ist, ist, wenn es nicht mehr so ist. Oh ja, die deutschen Untertitel beim Lachen sind besonders wichtig. So, mein Faden gib ihn mir zurück, du Tölpe. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Es ist vergeben, sich gegen das Schicksal auflehnen zu wollen. Endlich muss ich mir nicht mehr das Gezeter dieses alten Weibes anhören. Nun, ich benötige wohl ein Instrument der Macht, das in der Lage ist, Ganon zu besiegen. Mit dieser goldenen Laute sollte ich mich verteidigen können, während ich danach suche. Und da, ja, das war unser erster Text, den wir gesehen haben und ich habe nicht gecheckt, was los ist. Jetzt ist die Geschichte klar, ja. Ist jetzt natürlich kompletter Blödsinn, jetzt hier nochmal zu spielen. Es gibt noch eine Sequenz und zwar, wenn er, also keine Sequenz, aber einen Text, den wir nicht gesehen haben. Und zwar an der Stelle, wo er in diesen Saal runterfällt, wo man normalerweise gegen ihn dann mit Link kämpft. Allerdings sagt er da lediglich so Sachen wie, okay, es ist Zeit in die Zukunft zu reisen und Ganon zu besiegen. So, und jetzt natürlich sind wir wieder hier, ja. Und jetzt müssen wir uns noch die Schlusssequenz angucken. Was bedeutet, ich muss den Schlusskampf nochmal machen? Hurra, habe ich noch mein Zeug? Na, super. Ah, dann renne ich mal ganz kurz los und kaufe Dinge, schätze ich. Äh. So. Was ist das? Ach, das Ding zum... Nein, 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 lass mich in Ruhe. So, wie gesagt, wir kaufen ganz kurz Kram. So. So. Und dann gehen wir wieder zurück. Und machen nochmal den Kampf. Es ist so dumm, ne? Das mit den Zwischenssequenzen, ey, es hat mich so geärgert. Aber ich hänge es jetzt halt einfach hinten ran und dann wisst ihr Bescheid. Denn jetzt kommt auch ein Text. Und jetzt versteht man dann auch eher, was hier los ist. Was? Du bist nicht Ganon. Wer bist du? Oh, wie lustig. Das bin ich selbst aus der Vergangenheit. Also der Necro-Dancer ist Octavo. Keine Sorge, lieber Octavo. Hilfe. Alle Probleme sind bereits gelöst. Ich habe die Vasa-Grinnen zum Schweigen gebracht, die Fäden des Schicksals zerrissen und Ganondorf besiegt, bevor er die Macht ergreifen konnte. Nun werde ich über Hyrule herrschen. Über Hyrule herrschen? Das war nie mein Ziel. Ich wollte nur alles für das Unausweichliche vorbereiten. Du bist so ein Monster geworden. Genauso schlimm wie jenes, das ich aufhalten wollte. Aber ich werde dich stürzen. Ja, und das ist dann unsere Sequenz gewesen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, den Kampf nochmal machen. Aber der sollte jetzt nicht das große Problem darstellen. Ja, ich bin zwar krank, aber nicht blöd. Und so schwer war der Kampf jetzt halt nicht. Wenn man nicht gerade das Ziel hat, den No-Hit zu spielen. Oh. Einmal noch. Da kommen die Instrumente. Die Musik ist schon großartig hier oben, ne? Autsch, du dürftest also langsam mal raus, wie du eine Laute verwendest. Du musst allerdings noch viel lernen, mein junger Octavo. Wahaha. Ich hoffe, ich habe keine anderen Dialoge dazwischen durch ausgelassen, ne? Also, es tut mir leid. Wir haben es leider nicht richtig gespielt. Sondern eben nur so halb, kann man sagen. Also, gespielt haben wir schon richtig, aber wir haben halt sämtliche Sequenz nicht gehabt, was ärgerlich ist. Was wirklich sehr ärgerlich ist. Aber machst du nichts. Das ist halt passiert. So. End, end fight. Meine Instrumente, weiß doch nicht, was ich alles tun haben muss, und sie anziehen. Blablabla. Ja, vielleicht weiß du es wirklich. Gut, beenden wir diese Farce. Gut. Los geht's. Verteidigungsformation. Yay. Und wir gehen einfach hier runter. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Mach den Quatsch kaputt. Gehen hier rüber. Und mach den Quatsch kaputt. Gehen hier hoch. Ach, ich hab gar nicht Dicks eingesetzt, ne? Pack mir gerade. Muss ich erst die kaputt machen. Kann ich nicht schon zu denen jetzt hingehen? Ach, ich muss ihn an... Ah, ich bin so dämlich, ne? So. Und Schluss. Meine Herren. So. Das war das. Jetzt ist es Zeit, zu verraten, für was ich getan habe. Ah, ich sehe, dass du zurück bist. Are you still dying to know what fate has in store for you? Nein. Nein. Ich lasse das für diejenigen, die viel wiser als ich sind. Ich lasse die Credits jetzt noch durchlaufen. Dann mache ich aus, wenn ich noch weitere Rede breche. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, die Credits laufen noch durch, die könnt ihr euch noch anhören. Ich bin jetzt aus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020